Servus Leidls zu einer neuen Folge Let's Play Resident Evil 6. Natürlich wieder mit dem Kurzi und mir mit dem Phil und das Ganze wieder auf Höllisch. Viel Spaß dabei! Verdammt! Chris, hör mir zu. Du musst zwei Geiseln aus einem Unterwasserölfeld retten. Agent Sherry Birkin und Jake Mueller. Er ist Obert Weskers Sohn. Wesker? Chris, er hat Antikörper für das C-Virus. Verstanden. Ich werde es tun. Gut, danke. Leon, warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Ada Wong ist tot. Sherry und Jake brauchen dich. Lass sie nicht im Stich... Bist du da? Mhm. War ich oder wie gut du? Keine Ahnung. Nimmst du da auf? Und dann nichts wie weg hier. Wacht's. XQ, hören Sie mich! Du nimmst, oder? XQ und Echo, Bericht! Hey! Was zur Hölle machen Sie beide da? Wir müssen evakuieren, los! So, auf geht's im letzten Kapitel von Leon und Hellna. Wir wollen jetzt halt nur durch. Scheiß. Oh, Fui-Gas. Huida! Huida! Wir wollen helfen! Huigas! Schau nicht so blöd. Nimmst du, du hübschelst! Zombies gesehen Dreckswüsterei geht mir in den Sack Ich war schon fast bei der Dreckswüstung Oh, da ist eine Küste und eine Rauscher Und EP Der Speed Moment, ich mach auf! Wir müssen los! Ja, das flucht der woher nach oben Okay, los! 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 Was bist du? Hallo? Ich bin schon rein Ja, ich bin schon vorne Ich hab die Pinn aufgeloppt da hinten für die Meiner Gleich vor der Tür Los! Los! War Feuerfassel Das war ungewollt! Ah, war gewollt! Nein, das war ungewollt! Was? Woher denn? So viel hinten Ja, Fick dich Ich kann nichts mehr, weil ich bin mit dem ganzen Buck Wo, V-Action? Oh, bei mir, beim Aufzug Das liegt zwar noch voll wie Muni aber... Nicht umdrehen! Weg hier! Awww, ein Hero! I need a hero! Fester Eifu! Nein. Aber warum lässt du mir nicht fahren? Du nicht fahren kannst! Ich bin schon einmal richtig gefahren, habe ich das gefangen. Ah, schön. Vermutlich von der Rakete. Rotter Rakete! HQ on Charlie. Planänderung. Tachi ist ein Sperrgebiet für Sie. Rückzug. Warten Sie auf weitere Befehle. Was? Aber Echo Team ist noch da! Sie brauchen uns! Über Funk hier ist Englisch und übersetzt wird es auf Deutsch. Ist das geil? Was ist das auf Englisch? Der Funk war gerade Englisch bei mir im Auto. Oh, fahr mal weiter, ha? Na, bleibst du hier mit dem Schiff? Sie rollen uns umzingeln! Wir müssen los! Ich hab' dich ab! Naja... Nun, wie waren wir mit Licht? Brauchen wir nicht. Naja... Ich hab' dich ab! Ich hab' dich ab! Ich hab' mich ab! Ich hab' dich ab! Ich hab' dich ab! Ich hab' dich ab! Erstens dies und zweitens... Jetzt haben wir einen Top-Autofahrer dabei! Nicht! Nicht! Stirb! Da war die 5.5 kmh und die ist zu fett, zu früh wenn wir nichts berühren! Mist! Hm... Da trägt er nichts oder was! Schreitern 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 Schreitern! Ich bin nicht schneller der Korn oder was! Das ist ja furchtbar! Das ist mal für die geile Sequenz, muss ich so sagen! Voll spannend! Und wie war dein letzter Schuss also? Der Turm ist gleich da vorn! Machen Sie beide weiter! Ich fahre zurück! Mal sehen, was von meinem Team noch übrig ist! Ja... Vielen Dank! Gut, dann überhören wir uns nicht! Wenn die Sequenz doch schon vorbei ist! Echo Team! Kommen! Ist jemand da! Oh, schick dich! Weil von hinten kommen wir uns! So! Merci! Oh, ich komme gleich drüber! Hüpf! Hüpf! Yeah, das war das letzte Kapitel! Cool war's! Äh... Erste Teil vom letzten Kapitel, wahrscheinlich! Unterkapitel! Bloodshot! Zombies mit Lichtrefekt in den roten Augen können sich in Bloodshots verwandeln! Wenn sie ihn in den Kopf schießen! Aha! Die roten darfst du nicht in den Kopf schießen! Hab ich gar nicht gewusst! Hm, das ist cool! Wo sind Bloodshots? Ja, die mit... Das sind dann die... Die Jumper da mit der roten Brust, die wohl scheiße haben! Ah! Oh! 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 Wee!